Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt und auch gerade seht, werde ich mich die ganze nächste Woche dem Thema Blog und Videoplanung widmen. Hauptsächlich der Blogplanung, allerdings kann man sehr viel davon auch für die Planung seiner Videos verwenden. Und zwar habe ich da verschiedene Planer. Zwei ganze, die gebunden sind. Einen in Personal zum selber ausdrucken oder wohl eher zwei. Da gibt es einen speziell für Blogs und einen für YouTube. Dann nochmal den hier in abgespeckter Version in Klein. Einen zum Ausdrucken in A4 und einen einzelnen nochmal ebenfalls zum selber ausdrucken in A4. Ja, dementsprechend wird sicherlich für jeden etwas dabei sein. Für die einen, die sich etwas für ihren Planer selber ausdrucken wollen. Für die anderen, die sich sagen, für mich ist ein gebundener Planer doch viel besser. Oder diejenigen, die sagen, es reicht nur, wenn ich mir eine DIN A4-Seite ausdrucke und das Ganze dann immer auf meinem Schreibtisch liegen habe. Also könnt ihr gespannt sein, was euch die nächsten Tage so alles erwarten wird. Und am Ende werde ich natürlich auch ein Fazit ziehen. Und bleibt doch die Woche über dran. Ihr könnt auch etwas gewinnen. Also ich dachte, so viele Blogplaner kann ich als einzelne Person gar nicht alleine benutzen und verwenden. Das ist einfach viel zu viel. Und dann mache ich lieber einem von euch eine Freude. Also seid gespannt und bleibt doch die Woche über dran. Habt ihr eine feste Planung für euren Blog oder für eure Videos? Würde mich sehr interessieren. Schreibt doch mal einen Kommentar. Also vielleicht habt ihr ja schon etwas gefunden oder ihr seid vielleicht noch auf der Suche nach etwas. Dann würde die Woche natürlich extrem gut passen. Und sonst, danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann die nächsten Tage. Tschüss! Tschüss!